Paderborn ist wie die Feuerwehr in der dritten Liga gestartet, ist im Moment auf Platz 1. Bisher jedes Spiel auch Spektakel mit mindestens drei Toren. Was erwartet euch da? Ja, auf jeden Fall eine Kampf- und laufstarke Mannschaft, die alles reinwirft in ihre Spiele. Da müssen wir dagegenhalten, wir wollen dagegenhalten und unsere Qualitäten auf den Platz bringen. Andererseits wollen wir halt, wie gesagt, unser Spiel durchbringen und deswegen Vollgas und versuchen weiterzukommen. Jetzt ist Gonny nicht mehr im Team, der ja bekanntlich immer noch einen guten Draht nach Paderborn hatte. Ist es jetzt Markus Gellhaus, der euch da vielleicht mit den heißen Insider-Infos versorgen kann? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ich denke, wir brauchen da keine heißen Insider-Infos. Wir sind gut informiert über unseren Gegner, alle Informationen, die wir brauchen, um ein gutes Spiel abzuliefern. Geist. Abwech! 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 Abwech!